gut gericht und polizei guten tag sehen wir das vpn ist aus aber wer das mäßig glauben nicht glauben hier auch wenn wir jetzt dahin gehen wo ich was ich jetzt zeige also quasi der übliche standard fünf megabyte eine sekunde wie in us net der war vor ein viertel kurz bevor die aufnahme gestartet wurde da war der bei solcher geschwindigkeit mit kilobyte nein da war kein megabyte ja ist diese clever wir können bei der bildschirmaufnahme sehen jetzt moment haben wir haben lte plus und vier striche was sagt jetzt und die mitarbeiter zu danken polizei